Mephiles scheint die alten Ruinen anzusteuern. Er sucht wahrscheinlich den Chaos Emerald, der dort verborgen sein soll. Da bin ich mir ganz sicher. Seine Schachzüge deuten darauf hin, dass er jeden einzelnen von ihnen haben will. Im schlimmsten Fall braucht er nur noch einen, um sich mit Iblis zusammenzutun. Dazu wird es nicht kommen, denn ich halte ihn auf.